Hallo, Troy! Du wirst einen Kuchen in den Süßigkeitenladen liefern. Also beeil dich! Lass Carrie nicht warten! Du solltest vorsichtig sein! Ein paar hungrige Schurken könnten versuchen, den Kuchen von dir zu stehlen. Zitron, da kommt ein Zug auf der Bahnstrecke! Du solltest besser anhalten! Du siehst böse aus, Zitron. Was hast du vor? Oh nein! Zitron will den Kuchen klauen! Super Truck! Troy wird deine Hilfe brauchen! Zitron versucht, den Zug zu überfallen! Lass uns den Zug retten, Super Truck! Zeit zum Verwandeln! Super Helikopter wird den Überfall auf den Zug aufhalten! Oh nein! Zitron wird nicht aufhören, bevor er den Kuchen bekommt! Zitron ist jetzt ganz nah dran! Mach dir keine Sorgen, Troy! Hilfe ist auf dem Weg! Super Truck ist hier, um den Zug zu retten! Hör lieber auf, Zitron! Super Truck wird dich nicht an den Kuchen lassen! Ist das eine Schleimpistole? Super Truck, pass auf! Gut gemacht, Super Truck! Super Truck, bist du okay? Du verpasst den Zug, Zitron! Oh nein! Zitron versucht, den Weg für Troy zu versterren! Beeil dich, Super Truck! Troy braucht dich! Super Truck! Zitron hat den Kuchen bekommen! Du musst Zitron davon abhalten, seine Waffe zu benutzen! Es ist Zeit, den ST-3000 zu benutzen! Dein Wasserschlauch wird dem Schleimangriff ein Ende setzen! Bleib sofort stehen, Zitron! Pass auf, Super Truck! Zitron schießt wieder! Super Truck hat die richtige Verteidigung! Super Truck, du musst die Waffe zerstören! Jetzt! Diese Waffe ist nicht mehr zu gebrauchen, Zitron! Zitron macht sich davon! Lass uns den Kuchen zurückbringen! Weiter so, Super Truck! Du bist kurz davor, den Dieb zu fangen! Gibst du die Verfolgung auf, Super Truck? Du bist der beste Super Truck! Du hast deine ganze Energie umsonst verschwendet, Zitron! Stehlen zahlt sich nie aus! Nur harte Arbeit tut es! Jetzt bist du bereit zu gehen! Carrie will wissen, wie die Lieferung gelaufen ist, Troy! Es war ein Kinderspiel! Dank des Super Trucks! Hi, Carl! Du bist gut in diesem Labyrinth-Spiel, oder? Walter? Ich glaub nicht, dass das fair ist! Ähm, Carl? Ich glaube, da ist etwas hinter dir! Walter, du hast Carl gefangen! Glückwunsch! Sieht aus, als ruft jemand nach Hilfe! Wir müssen los, Carl! Ups! Hahaha! 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 Lilly fuhr mit den drei Kindern durch den Tunnel, als plötzlich etwas den Ausgang blockiert! Es war eine riesige Mubbel, die von Billy geschoben wurde! Tschö! Sieht aus! Sieht aus! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Super Truck ist hier, um zu helfen Bleib nah bei den Kindern Super Truck, diese Mission braucht ein starkes Fahrzeug Super Truck, diese Mission braucht ein starkes Fahrzeug Ein Presslufthammer? Wow, das sieht so beeindruckend aus, Supertruck. Lilly, fahr mit den Kindern ein Stück zurück. Das schüttelt euch vielleicht ein bisschen durch. Was ist los, Lilly? Du siehst etwas? Eine Gefahr? Oh nein, Supertruck, pass auf! Oh, das war knapp. Alles okay bei euch? Supertruck, das scheint nicht funktioniert zu haben. Die Murmbel steckt fest. Was machen wir jetzt nur? Du willst Luftdruck benutzen, um die Murmbel von innen rauszudrücken? Aber wie willst du den Druck erzeugen? Der SD 3000! Natürlich! Supertruck, wohin fährst du jetzt? Zur anderen Seite des Tunnels? Du willst die Superreaktoren benutzen, um den Druck im Tunnel zu erzeugen? Oh, es sieht aus, als hätten wir ein Problem. Problem gelöst. Supertruck, die Murmbel ist rausgeploppt, aber jetzt rollt sie davon. Schnell, du musst auf die andere Seite. Supertruck, das war kurz vor einem Desaster. Aber du hast die Situation gerettet. Gut gemacht. Billy, ich habe vergessen, nach der Murmel zu fragen. Wofür ist die? Das willst du uns jetzt zeigen, okay? Wow, es ist eine gigantische Globus-Murmel! Ist sie nicht wunderschön, Lilly? Danke für heute, Supertruck. Du hast unsere Freunde gerettet und hast Willi geholfen, dieses tolle Projekt für die Kinder fertigzustellen. Was für ein Abenteuer wohl nächste Episode auf uns wartet. Wow, du musst es eilig haben, Carl. Oh, du bist spät dran für eine Süßigkeitenlieferung zum Kirschblüten-Festival? Wow, was für ein Fahrmanöver! Oh-oh, hört sich an, als gäbe es einen Notfall! Du fährst besser los, Carl! Bis bald, Carrie! Wow! Sieht aus, als wäre das Festival schon in vollem Gange! Oh-oh, die Mittagssonne hat den Turm zum Brennen gebracht! Wir müssen das Feuer löschen! Und zwar schnell! Au-oh, sei vorsichtig, Edna! Supertruck ist hier, um zu helfen! Wir müssen das Feuer löschen! Oh! Hmm... Aha! Super Truck! Benutzt einen Schlauch! Wow! Was für eine super Zusammenarbeit! Das Feuer ist fast gelascht! Oh nein! Es breitet sich in Richtung Bäume aus! Gute Idee! Aufteilen! Na geht doch! Super Arbeit! Großartig! Das Feuer ist aus! Klasse Job, Super Truck! Oh nein! Schnell, Super Truck! Wir müssen Adler helfen! Welcher SD 3000 könnte uns helfen? Ah! Gute Idee! Schnell! Benutzt einen Kran, Super Truck! Oh nein! Oh nein! Bist du okay, Adler? Bist du okay, Edna? Mhm! Papa, 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 Papa! Super! Oh nein! Gott sei Dank! Hehehe! Hehehe! Schau, Carl, Carrie hat die Süßigkeiten geliefert, die du am Restaurant vergessen hast. Danke, Carrie. Danke, dass du das Festival gerettet hast, Carl. Es ist wirklich schön. Viel Spaß alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Sieht aus, als würde das Baustellenteam Pause machen. Und Carl ist vorbeigekommen, um Volleyball zu spielen. Ups, du musst besser aufpassen, Carl. Jemand braucht Supertruck. Du fährst besser los, Carl. Carl, es gibt ein Problem auf der Rennstrecke. Jerry wollte durch den Super-Looping fahren, aber Ben hat aus Versehen Kleber auf die Strecke geschüttet. Und Jerry ist drüber gefahren und steckt jetzt Kopf über im Looping fest. Du musst ihn retten, bevor er runterfällt. Oh, oh. Mein Kaffee geht. Und Herr ist mit den Kammel-Kammelsen, der es ist ein Problem einer Situation. Du musst ihn retten, dass es ein Beispiel. Gut, wenn ich mich in Kammel-Kammel hören hat. Und ich habe den Kammel-Kammel herrske, farabschutznis. Und ich habe den Kammel-Kammel gekont, und ich habe ihn mitTIONS gesehen. Und ich habe mit mir, dass ich da noch nicht verabschiedet. Ich habe einen Kammel-Kammel-Kammel sehr zu säker. Aber das Problem ist, der Kammel-Kammel-Kammel ist zu gucken. Der Kleber ist überall. Ben, pass auf. Das war knapp, Ben. Du hattest Glück, dass es nur ein Rad war. Du kannst auf dem Kleber nicht fahren. Sonst bleibst du auch stecken, Karl. Was meinst du, Super Truck? Was? Dieser Haufen Sand? Du sagst, wenn du den Sand auf dem Kleber verstreust, dann ist er nicht mehr klebrig? Wenn du meinst. Aber wie bringst du ihn da rüber? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Come on. Halt durch, Jerry. Super Truck kommt, um dich zu retten. Klasse. Der Sand hat den Kleber neutralisiert. Und jetzt ist er nicht mehr klebrig. Ach du meine Güte. Schaut euch die Sonne an. Es ist super heiß heute. Oh nein, die hohen Temperaturen schmelzen den Kleber. Jerry fällt vielleicht jeden Moment runter. Super Truck, unternimmelt was. Gut gemacht, Ben. Du sagst, das sollte Jerry schützen, falls er runterfällt? Okay, wir können nicht einfach warten, bis er runterfällt. Er ist zu hoch, Super Truck. So kannst du ihn auf keinen Fall erreichen. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, es gibt nur ein was, was uns jetzt helfen kann. Der ST3000. Ah, verstehe. Du willst den Laser benutzen, um den Kleber durchzuschneiden. Dadurch fällt Jerry runter in den Reifenhaufen. Genial. Aber sei vorsichtig, Super Truck. Du willst ja Jerry nicht mit dem Laser treffen. Fast geschafft. Ja. Bist du okay, Jerry? Ist irgendwas kaputt? Nein? Das ist gut. Was ist los, Jerry? Oh, du machst dir Sorgen, dass der Looping beschädigt wurde. Hm, was machen wir da nur? Was, Super Truck? Du kannst es sauber machen? Aber wie? Gut gemacht, Super Truck. Du hast den Looping gesäubert. Jetzt kann Jerry wieder versuchen, durchzufahren. Richtig, Jerry? Drei, zwei, eins. Los! Was? Ja, er hat es geschafft. Hurra! Danke, Super Truck. Du hast wieder mal den Tag gerettet. Hi Carl. Hi Walter. Sind das Preistickets für den Donuttag? Jemand braucht deine Hilfe, Carl. Du fährst besser gleich nach Hause. Jemand braucht deine Hilfe, Carl. Carrie hat einen gigantischen Donut für den Donuttag gemacht. Er war auf dieser Kuchenplatte. Aber Marley hat rumgealbert und aus Versehen die Stütze getroffen. Der Donut ist einfach runtergerollt. Jetzt rollt er den Hügel runter. Er ist so groß, selbst ein Streusel könnte jemanden verletzen. Kannst du helfen? Super, los geht's! Super Truck ist hier, um zu helfen, Leute. Wo ist der gigantische Donut jetzt? Dieser Donut ist ganz schön schnell, Super Truck. Glaubst du, du kannst ihn aufhalten? Oh nein, einige Sträusel fallen runter. Das ist gefährlich. Was bewegt sich da unten? Oh nein, zwei Kinder sind am Ende des Hügels. Du hast einen Plan für eine Verwandlung? Oh nein, zwei Kinder sind am Ende des Hügel. Oh nein, zwei Kinder sind am Ende des Hügel. Ich habe einen Plan für einen Plan für eine Verwandlung zu verresten. Oh nein! Oh nein! Oh nein, was muss das machen? Ahem. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du bist ein Super-Monster-Truck. Cool. Gut gemacht, Super-Monster-Truck. Aber da gibt's immer noch ein Problem. Wie bringst du den Riesendonut wieder zurück nach oben, ohne ihn zu zerbrechen? Ganz vorsichtig. Yikes! Du hast es geschafft. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Carrie. Dein Riesendonut hat den ersten Preis gewonnen. Jetzt willst du ihn mit deinen Freunden teilen? Um dir für deine Hilfe zu danken, Super-Truck, will die Carrie freie Donuts für ein ganzes Jahr anbieten. Normalgröße natürlich. Frohen Donut-Tag euch allen. Ägna, nimm deine Kopfhörer ab. Um dich herum ist ein Feuer. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Du brauchst Hilfe. Carl, es brennt im Park. Die Stadt braucht deine Fähigkeiten. Oh no! Super-Truck! 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 War ich mich mal bei ihr! Etna muss ein Rohr getroffen haben. Supertruck, in was wirst du dich verwandeln, um die Feuer zu löschen? Soll das Reisek fester? Die Schleifte, die Schleifte. Was? Was? Damit die Technologie auch? Wenn du dich nicht so klar. Doch, das ist das Gericht. Ein Feuerwehrauto? Na klar! Gute Arbeit, aber es gibt noch viele mehr. Links von dir ist noch etwas. Jetzt rechts. Edna, Supertruck ist hier, um zu helfen. Supertruck? Das Feuer hat sich im Park ausgebreitet. Du benutzt den ST-3000? Oh Mann! Ich kann es kaum erwarten, was er diesmal macht. Ein Wassertank? Fantastisch! Wow, es funktioniert wirklich! Der Tank löscht Auffeuer! Oh nein! Carl, du musst das Feuer aufhalten, bevor es das Haus erreicht! Puh, das war knapp! Wow! Eindrucksvoller Stunt, Mari! Okay, ich denke, das war genug Feuer für einen Tag. Du willst, dass Mali über dich springt? Okay, viel Spaß, Jungs!